Die Rhein-Neckar Löwen haben auf der Jagd nach ihrem Titel-Head-Trick möglicherweise entscheidend gepatzt. Das Team von Trainer Nikolaj Jacobsen unterlag MT Melsungen in eigener Halle überraschend mit 23.24 Uhr, 15.13 Uhr und braucht für die dritte Meisterschaft in Folge nun ein Handball-Wunder. Mit 51 zu 13 Punkten liegt der Titelverteidiger zwei Spieltage vor Saisonende hinter Spitzenreiter SG Flensburg-Handewitt, 52 zu 12 nur auf dem zweiten Platz. Wir sind natürlich riesig enttäuscht. Wir haben es nicht mehr in den eigenen Händen, sagte Jacobsen nach der Partie. Er mache sich jetzt keine Hoffnung mehr auf den Titel. Oliver Roggisch, der sportliche Leiter der Löwen, sagte es tut unfassbar weh, aber schon übermorgen müssen wir wieder nach vorne schauen. Wir wollen jetzt Platz zwei sichern und damit die Qualifikation zur Champions League. Die Löwen taten sich vier Tage nach dem 25 zu 25 Pazza in Erlangen erneut äußerst schwer. Nach 44 Minuten führten die Gastgeber in Mannheim zwar noch mit 21.18 Uhr, ehe sich ein echter Krimi entwickelte. Lasse Mikkelsen traf 72 Sekunden vor Schluss zur Führung der Gäste, die Löwen hatten keine Antwort mehr parat. Zurück im Meisterrennen sind somit auch die Füchse Berlin, die durch ein 26 zu 20, 13 Uhr 12 gegen Abstiegskandidat TUSN Lübecke nun punktgleich mit den Löwen auf Rang 3 liegen. Vier Tage nach dem Triumph im EHF-Pokal benötigten die Berliner in der heimischen Max-Schmeling-Halle einen weiteren Kraftakt, gewannen letztlich aber verdient. Der Tabellenvierte SC Magdeburg, 48 zu 18, verlor dagegen durch ein 29 zu 31, 14 Uhr 15, beim HC Erlangen den Anschluss. Auswärtssiege gab es für den TBV Lemko, 24 Uhr 23 in Wetzlar, und Fahrgöppingen, 30 zu 23 in Stuttgart.